Die Manege ist der, das Licht geht aus. Ich bin Mitglied des Kirmes-Ausschusses und wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr wieder eine große Kirmes hier bei uns im Gemeindehaus in unserem Bürgerhaus ausstatten oder ausstellen dürften. Und auch dieses Jahr sehr erfolgreich, man sieht es um uns herum, junge und alte Menschen sind da, die Gemeinschaft wird gefördert hier bei uns im Ort. Und deswegen machen wir es dieses Jahr, auch nächstes Jahr wieder und freuen uns über jeden, der kommt. Wir hatten namhafte Bands hier, die Mühlbachtaler haben gespielt. Heute ist ein Solokünstler da von den Mühlbachtalern. Dann kommen jetzt die 250s für heute, für den Rest des Nachmittags. Für morgen gibt es dann hier im Außenbereich, wo die Kirmesjugend und die Kirmeskönige das Ganze dann noch zu Ende führen und die Kirmes dann zu Ende bringen. Wir freuen uns auch da wieder auf jeden, der kommt. Für die Kinder haben wir hier ein großes Spielprogramm. Wir haben dieses Jahr wieder durch den Bürgermeister hier sehr viele Aussteller gewinnen können, die auch in unsere kleinen Dörfer kommen mit ihren Karussells, mit den Schießbooten oder auch mit Süßigkeitenständen, sodass auch für die Kinder was geboten ist. Wir haben Spielmobile im Innenraum, auch wenn es mal regnet, damit man halt mit Spielmitteln, Spielmöglichkeiten eben die Kinder auch geschäftigen kann. Damit die Eltern Ruhe haben, Zeit haben, auch alles genießen können. Dafür sind wir hier. Das ist die Gemeinschaft in Dachsenhausen.